Musik Während siebeneinhalb Jahre habe ich Jürg Bucher als Verwaltungsratspräsident den Valiant Film mitgestaltet. Mit dem Verwaltungsrat, mit der Geschäftsleitung und mit über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir gemeinsam eine gesunde und solide Retail- und KMU-Bank entwickelt. Und jetzt das Präsidium der Valiant übernommen, ist dieser Bank schlecht gegangen. Image und Vertrauen sind weg gewesen. Wir haben uns dann auf unsere Wurzeln besonnen, haben unsere Stärken ausgespielt und damit eine einfache Bank für Privatkunden und für KMU geschaffen. Die Regiearbeit für den neuen Valiant Film hat geklappt. Dank der schrittweisen Neubesetzung der Geschäftsleitung, vom Verwaltungsrat und dank der hervorragenden und engagierten Arbeit von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir heute solid und stabil unterwegs. Das Vertrauen ist zurück und die Finanzzahlen können wir laufend verbessern. Eine wichtige Massnahme war, dass wir den Vertrieb modernisiert und dynamisiert haben. Valiant ist heute digital 7x24 Stunden erreichbar. Wir haben die modernsten Geschäftsstellen in der Schweiz und unsere mobilen Kundenberaterinnen und Kundenberater sind flexibel und beraten unsere Kundinnen und Kunden vor Ort. Ich freue mich, nach dieser spannenden und ereignisreichen Zeit das Amt und damit auch die Valiant meinem Nachfolger, Markus Gigax, zu übergeben. Valiant hat Jörg Bucher viel zu verdanken. Er übergibt mir als Präsident eine gut funktionierende Bank. Für uns geht es in den nächsten Jahren darum, die erfolgreiche Story weiterzuschreiben und Strategie 2024 umzusetzen. Dass wir geografisch expandieren und das Gebiet vom Genfersee bis zum Bodensee lückenlos abdecken. Wir wollen die digitalen Kanäle weiter stärken, ohne den persönlichen Kontakt mit unseren Kunden zu verlieren. Daneben wird Digitalisierung, aber auch eine Weiterentwicklung von unserem Geschäftsmodell erforderlich machen. Wir müssen das Finanzleben von unseren Kunden radikal vereifachen, um uns von unseren Konkurrenten abzuheben und unsere Rentabilität zu verbessern. Wir sind einfach die Bank. Der Slogan der Valiant wird in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Dabei wollen wir aber keinen viel Preis gewinnen, sondern die Geschichte der Valiant erfolgreich weiterschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017